Boah, ich bin richtig wilder Sieg, ich bin einer von der Peaky Blinders, da haben wir mit Trippel Schuss gehabt. Na, niemals. Da haben wir eine Schakette. Oh, nah, close. Ah, close, ich bin mitgebracht. Close? Rechts von dir! Mein Herbert Headset, Brudi! Headset! Jetzt hat es dich von mir noch so angehört, als ob er noch hinter der Kiste war. Ja, da kommen wir rein. Komm, da kommen wir rein. Okay, der hat immer noch mit USB gespielt. Ja, der hat er wahrscheinlich jetzt schon gekriegt, bevor er mich gesehen hat. Hat er sich sehr gefreut? Der wird gerade innerlich kochen. Kochen, kochen, kochen. Jetzt weißt du, wenn wir wieder runterkommen. Achso. Ja, komm. Super, jetzt bin ich zu langs. Jetzt kriege ich hier deinen Nade in den Fressen. Hoffentlich. Kann er da? Boah, doch! Ja, fuck. Ah, der hat einen 4. So, das war ja gar nicht der. Nein, nein, die waren beide da. Mhm. Mhm. Nobody knows. Trouble have seen. Puschen ja gar nicht gegen. Go, go, go! Okay. 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 Die Hecklichtschereien. Na, auf der rechten. Auf der größeren. Aber inzwischen geflasht. Ja. Ja. Abkacke. Ja. Komm mal oben. Machen wir halt einfach mal nicht so viele Steps. Das hätten wir schon gehört. Machen wir halt auf der Reihe. Glauben. 12 abgest. Ja. 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 m4 wäre klar oh oh ohne käfer ja es war eko besser als ich gar konnte Oh, well. Ganz deep on side. Ich hab schon Heider gehabt. Na ja auch. Ich hab noch 4 HP. Ich glaub das kotzt noch richtiger. Aber die haben interessante Spots wo sie stehen. Die haben am Spawn auf dem Geländer drauf gestanden. Let's go with a brush. Unberechtbar? Ja aber ja. Oh shit. Was? Nein der vorne ist ganz hinten bei der Kiste. Ja. Bei der rechten roten Kiste ist er. Da ja. zu präais. Ja! Surpreise! Suprise! Suprise, so bärger! Hier war sowohl Arnic gamend. Den hat nämlich da. Er hat da Kiste gespricht. Ah, hintere? Da war's einer, okay. Was auf einmal kommt's? Du liegst schon mal wieder. Eine Kuh zu dir, von mitten. Ja, ich hab einen Nova Hedgehog gemacht. Ja, warte, ich komm gerade hinter da. Ich schaue, dass ich noch klar bleibe. Oh! Was du jetzt gemeint hast, hättest du schon gekriegt. Nein, ich hab gerade einen Nate geworfen und dann hab ich den Sound gehört. Und dann denke ich, ich hab einen Nate am Kopf geworfen. Du dacht, I'm dead. Das macht nicht so einen Soundclub. Nein, nein, ich weiß es nicht mehr. Ich hab mal kurz verlogen, ob sie wegkommen und dann sterben wir beide halt da. Äh, okay, sorry. Instant Double Hedge, er kriegt. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, der muss los. Schiss in der Hose. Aber der Nate hat da am Boden gestartet. Ich glaube er hat die P250 für seine Mate gesucht. Was ist denn da bei mir, Wanderer, nicht? Ja. Au, 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 weg. Panik, got your big. Ich muss hier raus. Da ist ein Decoy gerade ins Unendliche geflogen. Ich habe es gesehen. Ah, ich habe ihm beide Kniescheiben genommen. Er schaut auf mich an dem Kostumsecksack. Ich muss ja sagen, die POV will ich gar nicht haben. Ja, die kommen an beide bei mir. Ich glaube, dass ihn wieder umgedreht. Ja. Ja, Bombe liegt. Aber ich habe nur einen. Ah, der andere kommt mit, dass ich. Der andere muss fast mit, dass ich. Ja. Der ist schon runtergesprungen da. Nein, ich habe ihm den Gerber. Kannst ruhig rufen laufen, sonst. Eigentlich auch mal rundum gehen. Kriegt er da hin? Ja. Ups. Ich habe auch die Füße genommen, nämlich kackiert. Das hier auch mal der M4 gekauft hat. Ja, nein. Weiter ist schon bei mir. Gute it out. Damit du was war auch nicht gehört. Auch nicht gestochen, ey. Oh nein, es war auch noch der kleine Bub. Würste Gesicht, ey. Er kann abbringen. Komm, nimm mich hart. Geht's ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!